Guten Morgen, wir sind in Motel 1 und ich esse jetzt hier Eier und ein Müsli mit Obst und Joghurt. In unserer super tollen Kantine hier in Nürnberg, in unserer Zentrale, ich mache mir heute hier ein Gemüse. Die machen das hier alles frisch für unseren Augen, das ist total schön hier. Ich liebe unsere Kantine, danke, danke. So, hier. Nein, lecker, 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 lecker. Fertig mit Meeting und jetzt rennen wir hier, man sieht es im Hintergrund, hier durch das schöne Nürnberg. Wir sind hier gerade auf dem, wie heißen das hier, der Hauptmarkt, wo auch Christkindlmarkt ist. Und gehen jetzt da vorne zur Burg und da essen wir. Oh Mann, wie viele Wünsche hast du denn? Ein, aber ich soll dreimal drehen. Wie oft falsch? Ja, genau. Das ist jetzt schon 30 Mal. Na dann. Dann drück mal die Kamp. Oh, ist das cool. Wir sind hier, ich fühle mich, euch fühle mich gar nicht. Ist das cool hier. Wir sind nämlich gerade mitten auf der Nürnbergbergburg. Auf der Kaiserburg. Ist total schön. Und jetzt gehen wir hier irgendwo im Hexenhäusl essen. Mal gucken, wo das ist. Ich glaube, da ist das Hexenhäusl. Heißer Hossa. Ich habe wieder mein heißgeliebtes Schäufele mitgelost. Dunkler Biersoße und Sauerkraut. Juhu, ich werde pupsen, Leute. Ist das böse oder ist das böse? Aber cool. Oh, lecker. Das musste jetzt mal sein hier in Nürnberg. Bis zum. Bis zum. Untertitelung des ZDF für funk, 2017